Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Funkamateure und Technikfans, wir begrüßen Sie in der zweiten Adventswoche recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Heute hören Sie die Nummer 251 und hier dreht sich alles um die Funktechnik. Ich bin Cody Ferrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Vor wenigen Tagen gab es eine Veranstaltung, wo die Funkfans so richtig auf ihre Kosten kamen. Das war das internationale Freundschaftstreffen im 3D.